Nein, also wirklich gar nicht. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Aber ich hätte jetzt WLAN genommen, denn wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit eine Anzeige im Internet gefunden, wo man angeblich sich ein Grundstück auf dem Mars kaufen kann. Ja, aber das war ja... Ich weiß, aber da stand, dass da WLAN ist. Ja gut, es stand da... Moment, was hast du gelesen? Es gibt, also wahrscheinlich ist es eine Spaßanzeige, aber es gibt wirklich eine Anzeige im Internet, wo man sich eine Villa auf dem Mars kaufen kann. Das stimmt, 890 Millionen kostet die. Ja. Ja komm, das WLAN klingt schon so falsch, dass ich es jetzt auch nehmen will. Wirklich? Pass auf, also ich gebe euch 10 Sekunden, bin ich gespannt, wie das ausgeht. Oh Gott, das klingt... Ach so, jetzt? Okay, ja. Machen wir mit WLAN. Haben wir doch jetzt gesagt. Okay. Das ist falsch, das ist 100 pro falsch. Ja toll. Das finde ich so wunderbar, weil Lockpass 1 ist falsch. Ich nehme aber, es ist falsch. WLAN habt ihr genommen, du hast fließend Wasser genommen. Ich habe eine Meinung, da gab es jetzt Analysen, dass man dann doch eventuell vermuten könnte, dass Leben entstanden ist, weil man so eine erste Vorstufe geentdeckt hat, nämlich ein bisschen Wasser. Ich habe ein Zitat vom Leiter des Planetenprogramms gefunden, der NASA, der dann nämlich schreibt, unter bestimmten Gegebenheiten wurde fließendes Wasser auf dem Mars gefunden. So schwirbelig redet auch nur ein Akademiker, aber das fließende Wasser ist die richtige Antwort. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.